Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Heute geht's los mit dem nächsten Bosskampf, dem CEO. Ich habe mir mal wieder die Sandalen angezogen, wenn man hier sieht, damit man ein zweites Leben haben. Ich bin gespannt auf die Katze. Was erwartet uns da? Die heiligen Sandalen. Und der CEO. Oder die CEO. Angerfoot. Ich habe auf dich gewartet. Du hast meinen Gewinn geschmälert. Und dafür wirst du zahlen. Ich mache deine Schuhe zu meinem persönlichen Katzenklo. Oh shit, wo ist sie jetzt? Okay, Level 1 geschafft. Sie bringt irgendwas. Alter, das... Ich habe das mit dem Katzenklo. Ich habe das mit dem Katzenklo. Lili! Oh Gott! Mechaseo. Ja, das ist nice natürlich, wenn du... Kaputt machst! Während ich da immer noch sterben bin. Waffen? Waffen? Waffen! Waffen! Holy shit! Waffen, wenn gut. Oh Fuuuuck! Mechaseo. Okay, Mechaseo. Die ersten zwei sind eigentlich easy, aber dann kommt Mechaseo. Fuuuck. Ich glaube, die ersten zwei... Also den ersten Tod... Nicht hier schon verbraten. Das ist der Teil einfach eben noch völlig am lägen. Das ist so doof. Okay, gib mir eine andere Waffe, bitte. Schaut euch die Frame-Einbrüche an! Okay. Okay. Mecha, mecha, mecha. Mechaseo. Irgendeine Waffe, bitte. Irgendeine fucking Waffe, wie sie... Ich hab' keine Waffe! Ich hab' keine Waffe! Das ist doof! Wie soll man das schaffen? Ohne Waffen! Wie soll man das schaffen? Ohne Waffe, Junge! Okay, er zerstört... Also sie zerstört sich aus selbst. Hab' ich grad gesehen. Ja, 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 ja! Okay, das ist doof, das ist doof. Ich kann gleich wieder neu starten. Und immer noch völlig am lägen, Alter! Das ist doof! Das ist doof! Völlig doof! Und immer noch völlig am lägen, Alter! Okay, sie ist halbwegs dead! Okay, sie ist halbwegs dead! Okay, jetzt kommt mecha! Mecha, 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 mecha! Ich hab' noch zwei Leben! Okay, mecha ist... Mecha, 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 mecha! Ich brauch' ne Waffe! Okay, ich glaub' das ist... Ich glaub' das ist das Geheimnis. Wenn sie... Wenn sie die Raketen zündet... Müssen die da reingehen. Müssen die da reingehen. Das ist schon wieder doof! Das ist doch doof! Ohne Waffen! Ja, wow! Okay, da können wir nicht rein, schade! Das ist doof! Wenn wir da schon das Leben verlieben! Das ist doch bescheuert! Sorry, aber... Dasinters Ja! Das war's. Fucking hell, fucking hell, fucking hell Die Waffen zieht halt alle leer Soll man da machen? Was zum Teufel? Okay, die Dinger machen mir schade Okay, ich habe mich selber glaube ich auch getötet Shit, sie ist tot Ich gehe jetzt weiter Nee, fuck Aber das Geheimnis ist Wirklich die Raketen abzuschießen, wenn sie auf uns schiesst Und wieso legt das die ganze Zeit so in fucking hell Okay, das war jetzt wirklich sehr schnell Okay, jetzt kommt mir der Mechaseo Ich muss schon ein bisschen erwarten Eigentlich bis sie die Raketen zünden Wo können wir sie, uh, so Verstehe Ich glaube, wir könnten sie entkriegen bloß so So würden wir natürlich auch die ganzen Okay, jetzt kommen die Wände Die Waffen ein bisschen aufsparen Das ist der Trick Komm schon, noch eine Rakete Noch eine einzige Eine einzige Rakete Und wer ist das? Das war's Pikachu, Baby Yes Gangboss besiegt Bankrottenklärung Bäm Techies Eine Prima-Lieferung Sneaker gerettet Und was kommt jetzt noch? Krasser Kampf Du warst richtig gut Aber das wusste ich von Anfang an Denn du hast die stärksten Füsse der Stadt Ihr Narren Ihr habt einen grossen Fehler begangen Wenn die Wüstlinge euch nicht aufhalten Dann wird es die graue Eminenz tun Ich habe eine Botschaft von seiner Opulenz Dem grossen Dem mächtigen Dem wohllüstigsten Was? Wohl Lustigsten Dem sinnlichen Dem schlauen Dem attraktiven Dem grossartigen Dem unfehlbaren Pizzabroll Pizzabroll Wollte uns umbringen Er muss das letzte Paar Sneaker haben Angeblich ist er der Anführer der Wüstlinge Aber niemand weiss das so genau Eine seiner Pizzerien ist ganz in der Nähe Da können wir uns auch gleich eine Pizza für den Familienabend Äh Filmeabend mitnehmen Auf geht's Nice Die Heustrecken haben wir besiegt Die Wüstlinge Aber ich würde sagen Das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an Vielen Dank fürs Zuschauen bei Engerfoot Haut rein und bis zum nächsten Mal Bei den Wüstlingen und den Pizzerien Hä? War das ein Schreibfehler oder was? Tschüss Tschüss